Es läuft auch in Zukunft im Gesundheitssektor auch darunter, den jeden und auch jeden müssen. Wir lassen es, wir sollen ihn jetzt mal nicht in Ruhe lassen, wir sollen ihn richtig mal Feuer an den Arsch machen, weil so ein Blödsinn ist. Jetzt schicken Sie es doch endlich mal in die Mutter zurück. Ohne konkrete Zahlen, ohne einen Zeitplan zu nennen, einfach wirklich hinhalten. Schön Rederei, mehr ist das nicht. Ich stärke mich weiter zu machen, weiter zu streiken, nicht aufzugeben. Musik 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 Musik